Die Geschichte der Juden in Spanien reicht mehr als 2000 Jahre bis in die Zeit des Römischen Reichs zurück. Im Mittelalter entfaltete sich unter islamischer und später christlicher Herrschaft auf der iberischen Halbinsel ein blühendes jüdisches Leben, sowohl in kultureller als auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Diese Blütezeit wurde im Jahr 1492 durch das Ausweisungssedig der katholischen Könige Isabella von Kastilien und Ferdinand von Aragonien beendet. Die Juden wurden entweder zur Konversion zum Christentum oder zur Emigration aus Spanien gezwungen. Über Jahrhunderte war danach in Spanien bis in die Neuzeit hinein kein offenes jüdisches Leben mehr möglich. Die aus Spanien vertriebenen Juden ließen sich im übrigen Mittelmeerraum nieder und behielten dabei zum Teil noch ihre aus Spanien mitgebrachte Kultur und Sprache. Das Juden Spanisch bei Anfänge jüdischen Lebens in Spanien in der Antike und im Römischen Reich. Manche Autoren haben schon das im Alten Testament und im Tanach erwähnte Tarsis mit der iberischen Halbinsel in Verbindung gebracht. Im ersten Buch der Könige und im Buch Ezechiel werden Handelsverbindungen von Juden mit Tarsis beschrieben. Letztlich ist die Lokalisation von Tarsis aber bisher unsicher. Die ersten sicheren Dokumente von jüdischen Siedlungen auf spanischem Boden gibt es aus der Römerzeit, schon vor der Zerstörung des Jerusalemer Tempels im Jahr 70 nach Christus. Durch Titus leben Juden nicht nur in Palästina sondern im ganzen Mittelmeerraum. Der größte Teil der iberischen Halbinsel stand schon seit dem Zweiten Punischen Krieg unter römischer Herrschaft. Eine verstärkte Ansiedlung von Juden in Spanien setzte mit den gescheiterten Aufständen der Juden gegen die römische Herrschaft ein. Die Ankündigung des Apostel Paulus im Römerbrief nach Spanien reisen zu wollen wird von einigen Autoren als Indiz gesehen, dass sich dort jüdische Gemeinden befanden. Auf der frühchristlichen spanischen Synode von Elvira ca. 300 nach Christus wurden genaue Bestimmungen über den Umgang zwischen Juden und Christen erlassen, was auf ein intensives jüdisches Leben in Spanien schließen lässt. Unter der Westgotenherrschaft Während der Völkerwanderung im 4. bis 6. Jahrhundert nach Christus, zerfiel das westliche Römische Reich und eingedrungene germanische Völker ergriffen Besitz von den ehemaligen römischen Provinzen. Ab 418 wurden in die Westgoten in der römischen Provinz Aquitanien und in Hispanien als Föderaten angesiedelt. Schon wenige Jahre später verselbstständigten sich die angesiedelten Goten und errichteten ein eigenes Reich in Aquitanien und der nördlichen, ebaischen Halbinsel. Die Goten waren ursprünglich Arianer und schenkten zunächst den in ihrem Herrschaftsbereich lebenden jüdischen Gemeinden wenig Beachtung. Im Jahr 587 konvertierte die Mehrheit der Westgoten unter Rekaridi vom Arianismus zum Katholizismus. Damit verbunden verschlechterte sich die Situation der Juden unter ihrer Herrschaft und in einer Reihe von Reichskonzilen in Toledo unter dem Vorsitz der Westgotenkönige wurden wiederholt anti-jüdische Bestimmungen erlassen. Auf dem Dritten Konzil von Toledo 589 wurde Juden verboten, ein öffentliches Amt zu übernehmen. Der Umgang von Juden mit Christen wurde eingeschränkt und die Zwangstaufe von Kindern aus jüdisch-christlichen Meschinen wurde sanktioniert. Allerdings ließen sich diese Regelungen nicht durchgängig durchsetzen. Unter der Herrschaft König Sisebuts sind erneute anti-jüdische Aktivitäten überliefert. Es kam zu Vertreibungen von Juden, die sich nicht zum Christentum bekehren lassen wollten. Auf dem Vierten Konzil von Toledo 633 wurde festgelegt, dass Juden, die nur zum Schein zum Christentum übergetreten waren, aber weiter im Verborgenen ihre jüdische Religion praktizierten die Kinder abgenommen bekommen sollten, die dann in christlichen Familien aufgezogen werden sollten. Auf dem VI. Konzil von Toledo unter König Chintila wurde allen Nicht-Katholiken das Bleiberecht im Westgotenreich abgesprochen. Jüdisches Leben unter maurischer Herrschaft in Spanien Mit der islamischen Eroberung des größten Teils der eberischen Halbinsel in den Jahren nach 711 änderte sich die Situation für die dort lebenden Juden grundlegend. Die neuen islamischen Herrscher waren gegenüber den Juden und auch gegenüber den Christen relativ tolerant und gestatteten beiden die Religionsausübung. Die Zeit der islamischen Herrschaft wird häufig als goldenes Zeitalter für die jüdische Kultur in Spanien bezeichnet. Aufgrund der Möglichkeiten der Entfaltung jüdischen Lebens kam es auch zu einer Zuwanderung von Juden von außerhalb. Über den Kontakt mit arabischen Schriftgelehrten und dem arabischen Schrifttum bekamen sefadische Gelehrte Zugang zum tradierten Schrifttum der Antike. Viele jüdische Gelehrte übernahmen auch die arabische Schrift und Sprache und stiegen zum Teil in hohe Staatsämter unter dem Kalifat von Cordoba auf, wie beispielsweise Chester ibn Shabrut. Jüdische Gelehrte aus dieser Zeit waren Menachem ben Saruk, Dunash bin Labrat, Solemin ibn Gabirol, Moses ibn Esra. Sefadische Gelehrte waren auch auf den Gebieten der Astronomie, Medizin, Logik und Mathematik tätig. Jüdisches Leben in den christlichen Königreichen auf der ebaischen Halbinsel bis 1492. Große Gemeinden entstanden etwa in Toledo, Saragossa und Sevilla. Auch während der christlichen Reconquista wuchs die jüdische Bevölkerung in Spanien zunächst weiter, die niemals als egalitär verstandenen, verschiedenen ethnischen Gruppen lebten in friedlicher Koexistenz. Das änderte sich im 14. Jahrhundert als religiös, ökonomisch und politisch motivierte Judenfeindschaft zu Pogromen wie dem von 1391 in Sevilla führte. Im Lauf des 15. Jahrhunderts konvertierten vermehrt Juden zum Christentum, was zu wachsendem Misstrauen unter den Altchristen vor allem in Kastilien wegen einer vermuteten Unterwanderung führte. 1449 kam es zu einer organisierten Rebellion gegen die Converses in Toledo, was zum ersten städtischen Statut führte. Das Neuchristenämter in Toledo versagte, der Ausgangspunkt der spanischen Politik der Blutreinheit. Auch die Einführung der spanischen Inquisition 1478 steht mit dem Misstrauen gegen jüdische Converses im Zusammenhang. Mit dem Alhambra-Edikt von 1492 wurden die Juden schließlich aus Spanien vertrieben oder zur Konversion gezwungen, wenn sie bleiben wollten. Das Sosmanische Reich nahm ohne Bedingungen die aus Spanien und die ab 1580 aus Portugal vertriebenen Juden auf. Bayezid II soll gesagt haben, wie töricht sind die spanischen Könige, dass sie ihre besten Bürger ausweisen und ihren ärgsten Feinden überlassen. Jüdisches Leben in Spanien von 1492 bis zur Gegenwart Mehr als 100.000 spanische Juden machten sich 1492 aufgrund der bis dahin noch nicht erlebten ethnischen Säuberung in Spanien auf den Weg ins Exil. Manche gingen zunächst nach Portugal, doch von dort wurden sie 1497 ebenfalls ausgewiesen. Die meisten flüchteten in die Länder der Levante, nach Nordafrika, und wieder andere in die Nordseehäfen Antwerpen und Amsterdam sowie nach Hamburg oder Italien. Der Hauptstrom der Flüchtlinge fand im Osmanischen Reich eine neue Heimat, doch auch der Balkan wurde jüdisch besiedelt. In Saloniki entstand eine große sefadische, ladinosprachige Gemeinde, und mit den osmanischen Eroberungen gelangten türkische Juden nach Bulgarien, Belgrad, Budapest und Bosnien. Wien war ab der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts beliebtes Ziel. Als türkische Staatsbürger genossen die zugewanderten Juden das Recht auf Freizügigkeit und freie Religionsausübung. 1735 wurde die sefadische Gemeinde gegründet, die im 19. Jahrhundert 5000 bis 6000 Mitglieder zählte. Durch das Vertreibungsedikt bildete sich in Spanien auch die Sonderform eines Krypto- oder Geheimjudismus heraus. Formal römisch-katholisch aber im Geheimen jüdisch und untereinander heiratend entstand eine einzigartige Form des Judentums. Der äußere Zwang, die Religion geheim zu halten, prägte die Krypto-Juden sogar noch über viele Generationen. Auch spätere Auswanderer aus Spanien hielten weiter ihre Religion geheim. So lebten zum Beispiel in Österreich solche Krypto-Juden, die sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg zu ihrer Religion bekannten. Wobei es nach Auskunft der israelitischen Kultusgemeinde Wien noch immer's E-Fadim gibt, die offiziell bis heute römisch-katholisch sind. Des Weiteren emigrierten viele spanische Krypto-Juden in die spanischen Kolonien, wie zum Beispiel Mexiko. Viele Konvertiten wurden von ihren spanischen katholischen Zeitgenossen misstrauisch beobachtet und verächtlich als Maranen bzw. Maranos bezeichnet. Um den Converses und ihren Nachkommen den Zugang zu höheren Ämtern zu verunmöglichen wurden im frühneuzeitlichen Spanien rassistische Gesetze erlassen, die den Nachweis einer Reinheit des Blutes, die h. einer nicht-jüdischen Abstammung verlangten. Es dauerte bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts bis sich wieder kleinere Gruppen von Juden in Spanien niederließen. Vor allem vor und während des Zweiten Weltkriegs flüchteten zahlreiche Juden nach Spanien. Erst durch die zahlenmäßige Zunahme deklarierten sich viele der oben beschriebenen Krypto-Juden wieder als offiziell jüdisch. Die größte jüdische Gemeinde befindet sich heute in Barcelona. Nachfahren von Sefadim sind heute in Spanien ausdrücklich willkommen, was sich unter anderem in Erleichterungen bei der Einbürgerung äußert. Die 1968 eingeweihte Synagoge in Madrid ist die erste Synagoge, die nach der Vertreibung der Juden im Jahr 1492 in Spanien errichtet wurde. Heute leben etwa 10,000 bis 15,000 Juden in Spanien, was ungefähr 0,03% der spanischen Bevölkerung entspricht.